Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fear the Night. Falls ihr wundert, warum wir jetzt nicht auf unseren anderen Charakter sind, der Server ist irgendwie kaputu, kaputu, schnududu, keine Ahnung. Wir befinden uns jetzt auf einem neuen Server, das hier ist ein PvP-Server sogar. Ich dachte mir, probieren wir es ja einfach mal. Und hier läuft einiges ein bisschen anders. Die Zombies halten wesentlich mehr aus. Finde ich spannender. Und zweitens ist, ja, PvP, ne? Halt jeder gegen jeden. Und hier ist mir auch gerade was aufgefallen. Und zwar in dem Gebäude, wo wir beim letzten Server immer sicher waren, ist es jetzt nicht sicher. Das heißt, da ist alles voller Zombies. Und ihr seht jetzt schon, es ist hier etwas knackiger. Und hier levelt man auch nicht so schnell. Also alles normalen Werte. Beim anderen Server wollte ich halt einfach mal schauen, wie man hier am besten überlebt. Fantaschen sollten wir uns vielleicht auch mal machen. Level ab. Geht trotzdem noch. Upgrade. Health. Machen wir mal Health. Und da machen wir mal Gewicht. Confirm. Crafting können wir ja alles ganz normal craften. Wir bräuchten ja close. Kann ich machen? Bandage. Craft. Ne, 37 will ich nicht. Craften wir uns mal 6 Stück. Können wir uns auch ein bisschen verbinden. Legen wir mal hier hin und da in die Blumen. Was zu essen haben wir auch schon gefunden. Bei den Zombies. Gut. Es ist auf jeden Fall etwas anspruchsvoller hier. Ich finde es auch. Die Werte beim anderen Server waren auch etwas zu hoch. Aber ihr seht schon, hier ist alles voller Zombies. Also bei dem Server ist schon richtig die Zombie-Zahl alleine schon höher gedreht. Weil hier wirklich alles voller ist. Ich sehe das. Und ich schätze auch, dass da dann auch mehr Loot drin sein wird. Da müssen wir aufpassen. Ich mache halt auch ein bisschen mehr Schaden. Vielleicht mal ein bisschen essen. Oh. Dass der uns nicht trifft. Schön immer auf den Köppels hauen. Gut. Bandage haben wir jetzt gemacht. Gut. Es läuft. Vielleicht sollte ich mir noch ein Crafting. Ein paar von denen hier machen. Ich mache einfach drei Stück Scheiß drauf. Weil ich will nicht da drin stehen und dann plötzlich. Ja, na? Dann bandagieren wir uns nochmal. Es wird auch dunkel und ich möchte gerne, wenn es dunkel wird da drin sein. Gut. Noch vier Bandagen und jetzt. Ihr seht schon, Zombie-Zombies. Die sind da drin gespawnt oder so. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich sollte das hier eine Safe Zone sein. Aber keine Ahnung, warum da Molux drin sind. Soll uns ja nicht stören. Kommt alle her. Verraschungen. Alle gleichzeitig. Barz und Barz. So, wir müssen ja erstmal hier rein. Wir müssen aufpassen, weil hinter mir. Ich würde ja da hinten zu lege. Ich würde aufpassen, weil da sind halt trotzdem viel gleichzeitig. Nicht, dass wir uns hier irgendwas kaputt machen. Und da schiebe ich mich lieber nochmal kurz. Weil ihr seht, die müssen da drin gespawnt sein normalerweise. Oh Gott. Autsch. Oh. Oh, oh, oh. Nochmal. Hihi. Machen wir halt trotzdem viel Schaden. Ich habe gleich mehr Bandagen herstellen sollen. Mache ich vielleicht auch gleich mal. Bandagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Machen wir gleich zehn Stück. Ich will da auch zuhauen. Ja. Wunderbar. Also seid es gefährlicher, wenn man so dasteht wie ich. Ja. Dann kriegt man auf die Fresse auch Huyi. Da ziemlich gut auf die Fresse. Wie gesagt, das Game ist noch im Early Access. Also es kann sich krass verändern. Es kann so viel passieren. Im guten Sinne als auch im schlechten Sinne. Aber so, ich finde es mal interessant. Weil es ja trotzdem mal was anderes ist. Barz und Barz. Barz und Barz hopp. Heu, heu, heu. Da wolltest du mich hauen, he? Putt. Obwohl hier das Level auch ganz gut geht. Wie gesagt, das sind die Standardwerte. Und die Zombies sind ja auch etwas hartnäckiger. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Das Looten wir hier drin mal. Zombie hoffentlich hier. Oh, ihr seht, da sind ja auch Zombies drin. Essen, trinken, trinken, trinken. Essen, essen, essen. Hier gibt es einen Loot. Eine Brechstange. Oh, geil. Geil, eine bessere Kampfwaffe. Seht, hier liegen schon ein paar Spieler. Oh, schön Loot. Alles mitnehmen. Gut. Dann tue ich mal das da da hinlegen. Das da da hin. Das ist stärker. 45 macht das. Das heben wir uns mal auf. Und das macht ihr nur 15. Na, den heben wir uns mal auf. Wie gesagt, wir müssen halt ja auch aufpassen, weil es hier ja PvP ist. Alles mitnehmen. Schön, schön, schön alles mitnehmen. Hier können wir ja auch ziemlich schnell verdroschen werden. Deswegen nochmal ganz kurz hier die Bandagen, dass wir hier nicht eins auf den Auge kommen. Und da oben habe ich letztens eine Kiste gesehen. Oh, gut. Okay. Darauf, die Schlüssel kann ich nicht nehmen, weil das sagt es ja. Ich glaube, das ist für mich logisch, na? Einfach schack, schack, schack. Aber anscheinend nicht, die sind werden auch alle versperrt sein. Wieder entschuldigen, wir nehmen alles mal mit. So, das wäre willig da rein. Oh Gott, ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Oh Gott, es weht. Ähm. Oh, oh, shit, 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 shit. Raus. Schnell verbinden. Das ist jetzt kritisch. Mit der Axt. Schnell, 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 schnell. Wisst ihr, was ich jetzt tun werde? Ich mache jetzt noch eine Sache. Wo ich mir jetzt sage, warum habe ich es nicht vorher gemacht? Weil ich dachte, es wäre utopisch. Es ist nicht utopisch. Craft 42 und den Dinger. Scheiße, es wird nach. Wir müssen da rein. Hihihi. Falls ihr euch wundert, wie jetzt unser Charakter heißt, wir sind immer noch niegen. Natürlich, wir müssen ja unserer Linie treu bleiben. Weil, wer wäre man denn, wenn wir nicht niegen wären? Machen wir nochmal. Es klingt irgendwie utopisch, schon 42 Binden dabei zu haben, aber irgendwie auch nicht. Du, 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 du. Gleich sind die Bandagen endlich mal fertig. Ai, ai, ai. Wie gesagt, ihr seht auch, die sind ja auch etwas schneller unterwegs als auf dem anderen Server. Aber alles etwas runtergeäumelt, dass man, ich finde, es wäre halt. Ich bin so ein Untermensch. Ich bin so ein Untermensch. Ist jetzt alles so weg, zurückgesetzt. Wir rennen jetzt. Ach, Gott. Ich sag's noch. Und dann wechselt er so lang mit der... Die Zombies sind scheiße gefährlich. Wir müssen da rein. Es hilft nix. Hoffentlich liegt er unser Zeug, wenn das jetzt alles weg ist. Aaaaaaah. Aaaaaah. 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 Toll. Infektion 108. Gar, da ist so hin. Das ist eines der Spiele, wo wieder alles wegnimmt. Oh, fuck. Bitte, 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 bitte. Nehm, 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 nehm. Hoffentlich liegt unsere Leiche noch da. Das war wirklich dumm. Ich dachte jetzt so, ja, den einen da, ne? Aber ihr seht, hier ist es sogar einer gefährlich. Naja, Zombies. Das gibt's nicht. Wenn jetzt alles weg ist, habe ich alles umsonst gepaut. Und die ganze Not habe ich auch sozusagen verdichtet. Du, 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 du. Nein, ich bin nicht hier. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich suche jemanden ganz anderen. Wo ist denn das jetzt? Da in die Richtung. Nein. Bitte, 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 bitte. Aaaaaah. Oh. Gott. Oh Gott. Das Wind. Oh Gott. Ouch. Shit. Locked. Verdammte Scheiße. Wir müssen zum Vordereingang. Aaaaaah. Scheiße. Man, nicht. Einen Wurfstein könnten wir machen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße. Hoffentlich werden uns diese zwei Steine helfen. Hoffentlich ist unser Zeug auch klar. Wenn nicht, ach Gott, dann, 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 heulich. Aaaaaah. Aaaaaah, Entschuldigung. Ich renne hier mit. Aaaaaah. Da. Wahrscheinlich ist das da unser Loot. Bitte, 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 bitte. Das ist nichts. Bitte, 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 bitte. Jetzt wissen wir zumindest, was mit unser Loot ist. Wuhu. Wuhu. Ich lege mich mal kurz hoch. Ich glaube, wir brauchen einen Dietrich, um die Türen da aufzumachen. Oh Gott. Crafting. Crafting gleich zwei. Das war meine Erfahrung. Bitte, bitte, bitte. Haut mich nicht so heich. Nachts sind die stärker. Nachts sind die stärker. Ich kann nicht springen. Das gibt's nicht. Jetzt kann ich nicht springen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Bitte, bitte. Hauu. Hauu. Noma, noma, noma. Bitte, bitte. Oh, hier liegt ein Toter. Oh, gut, es wird Tag, es wird Tag. Wie ihr seht, die Zombies sind hier viel gefährlicher. Und hier steht alles voller Loot. Schön. Komm her. Spaß. Okay, der braucht hier ein bisschen mehr. Oh, ist Dauer. Oh. Du scheiß Arschkrampe. Boah. Und auch manche rennen auch so blöd. Boah. Nacht überstatten. Oh. Nein, bitte. Boah. Oh, ich nehm alles, bitte. Ich scheiße auch. Was hat die jetzt gehabt? Nichts. Oh Gott. Und ich denke, das war's dann auch so für heute von dieser wunderschönen Folge. Vier sind halt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mir hat's wieder sehr viel Spaß gemacht. Und... Oh, ja, ja, ja. Es ist schon was anderes, auf so und so weiter zu sein, als auf einem BWOE. Und hier ist ja alles auf Standard-Werte. Haha. Und ja. Mach da nochmal eins auf den. Puh. Und deswegen bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.